Herzlich Willkommen zu einem neuen Vlog. Heute geht's auf... Das ist von Helmo! Yay! Wir freuen uns. Also, wir haben wieder unseren Wine to go. Und ein Hotel, leider in einem anderen Ort. Das bedeutet, wir müssen jetzt irgendwie hinkommen. Und wir sind wie immer zu spät. Ach ja, wir sind übrigens zu spät. Es liegt nicht an mir, heute lag es an Mira. Passt. Oh, Entschuldige, bitte mal. Wir sehen uns auf dem Festivalgeländer. Tschüsschen! Tschüsschen! Wir holen uns jetzt ein paar Drinks ab. Bitte? Passion Food oder Kaipi war es, ne? Kaipi, Mojito. Ich muss mich durchtesten. Ich glaube, ich nehme Passion Food, ja. Ein wildes Influencer. Dankeschön! Ich bin Julia und das ist mein erster Drinkspaß. Kein Spaß. Nur ernst. Wir sind auf dem Samemo. Es ist warm. Und wir müssen unbedingt zu Habibland. Tokio Hotel war cool. Aber HBZ wird cooler. Mira, wo gehen wir hin? Was ist das? Wir gehen zur Eningtonik. Dann sagt doch einfach HBZ. Beste. Ganz nett aus, Papa. Ach, ich wollte auch mal saubern. Wir haben uns gerade ein Tattoo machen lassen, damit wir diese geile Kette verkaufen. Ich freue mich richtig, aber wir müssen jetzt gleich mal zum Party-Spray stehen. Die 12.07 Uhr legen auf und ich hoffe, wir sind das auf die Reihe. Heute ist San Heimo der zweite Tag, wir haben Samstag und bis gerade hat es ultra geschüttet. Zum Glück hat es jetzt aufgehört. Mira ist auch am Stadi. Ich bin da. Dann? Wollen wir mal. Auf geht's. Heute sind 15.000 Leute mehr hier und man merkt, es ist so viel voller einfach als gestern. Mira, dreh dich mal. So mit den Armen nach oben und so. Irgendwas cooles machen. Ich sag was cooles machen. Ich sag was cooles machen. Ich versuch's gleich nochmal. So jetzt geht's erstmal zu den Drinks nach Pitu. بالged Medicare CO2 wie bevor wir diese getan haben, aber wir haben dann levier mich an. Aber nur in dem Gewöhn nach Pitu ist es geugários. Wir haben nicht mehr. Wir haben jetzt bei Puch. pedals zu Neun Euro Pizza! Alles voll und auch du hast'n Platz, damit ich dich vergiss, mit wem ich's mag. Ich war der Grund zu untersuchen, bin ertrunken und geflogen, hab von überall ein Souvenir. Auch wenn das Blatt dich nochmal wendet und das alles einmal in den Sack ist. Untertitelung des ZDF, 2020